Hallo, ich bin Budrun und arbeite für die Menschenrechtsbildung bei Amnesty Österreich. Unser diesjähriger Online-Menschenrechtskurs geht zum Thema Flucht und Asyl, Menschenrechte von geflüchteten Menschen. Du bekommst in diesem Kurs Wissen an die Hand, um dich für die Rechte von geflüchteten Menschen einzusetzen. Rund um den Globus nehmen tausende Menschen teil, du kannst dich mit einer internationalen Community vernetzen. Amnesty International ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich seit Jahrzehnten für die Menschenrechte einsetzt. Wir möchten unser Wissen mit dir teilen. Mit einem Satz, Zugang zu Bildung. Wir möchten möglichst vielen Menschen den Zugang zu Menschenrechtsbildung schaffen. Und dafür sind Online-Kurse sehr gut geeignet. Zu diesem Zweck hat Amnesty International eine Kooperation begonnen mit der EDEX-Plattform, der Harvard University und dem Massachusetts Institute for Technology. Menschenrechts-Online-Kurse haben relativ niedrige Zugangsbarrieren. Das heißt, du kannst dir die Zeit frei einteilen, du kannst den Kurs zu jeder Tages- und Nachtzeit abhalten. Du kannst am Kurs teilnehmen, wo du bist, ganz egal wo du bist. Du brauchst nur einen Internetzugang. Du brauchst auch keine finanziellen Mittel dazu. Der Kurs ist kostenfrei. Und du brauchst auch kein spezifisches Vorwissen dazu. Das heißt, du kannst das Tempo selbst bestimmen. Du kannst Übungen noch einmal machen und du kannst dich vertiefen, ganz wie du willst. Das ist ganz einfach. Du registrierst dich einfach hier unter diesem Link. Das dauert nur wenige Minuten. Ich selber bin auch keine Online-Heldin und habe das ganz einfach geschafft. Du bekommst dann ein E-Mail als Bestätigung und ab 16. November geht's los. Wir bieten den Online-Kurs in Englisch, Spanisch oder Französisch an. Du kannst aber das Tempo selbst bestimmen. Das heißt, wenn du etwas sprachlich nicht verstehst, kannst du eine Sequenz wiederholen oder du kannst Wörter auch nachschlagen. Der Kurs besteht aus drei Modulen. Jedes Modul dauert in etwa drei bis fünf Stunden. Der Vorteil ist, dass das Tempo du bestimmst. Das heißt, der Kurs wird bis November 2017 geöffnet sein. Auch wenn du sehr viel beschäftigt bist, hast du gute Möglichkeiten, den Kurs abzuschließen. Gerade in der jetzigen Situation ist es wichtig, dass wir alle Teil einer Lösung sind. Aber wie kannst du dich für Menschenrechte einsetzen, wenn du nicht weißt, welche Rechte es gibt und wie du sie auch einfordern kannst. Das heißt, der Online-Kurs bietet dir das Wissen dazu. Er bietet dir die Möglichkeit der Vernetzung und die Möglichkeit, auch aktiv zu werden. Im Rahmen der Amnesty Academy werden wir darüber hinaus aufbauend auf dem Online-Angebot auch noch Workshops vor Ort anbieten. Und wenn du diesen Kurs auch beruflich nutzen willst, gibt es die Möglichkeit, ein edX-verifiziertes Zertifikat zu erwerben. Vielen Dank.